Aber sagen wir, hier in Sylt ist natürlich immer der Auftakt, eben ganz im Norden. Und das ist für uns Bergleute natürlich ganz was Besonderes. Und wenn man schon hier aussteigt, dann kommt schon diese Luft, dann diese Gesundheit und dann die Bewegung dazu. Und es geht ja hier bei der ganzen Tour um die herzgesunde Ernährung und Bewegung. Und das ist natürlich optimal. Und wir sind ganz froh, dass wir hier auf Sylt sind.